Ich lese Ihnen den Wortlaut des Eides vor. Ich schwöre, dass sich Deutschland dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Hamburger Verfassung die Treue halten, die Gesetze beachten, die mir als Mitglied des Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl der Freien und Hansestadt Hamburg, so viel ich vermag, fördern will. Ich bitte Sie jetzt bei erhobener rechter Hand, die Beteuerungsformel, ich schwöre es, oder ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, nachzusprechen. Ich rufe Sie nacheinander auf und bitte Sie dafür dann nach vorn an die Mikrofone zu treten. Frau Katharina Fegebank. Frau Dr. Dorothee Stapelfeld. Ich schwöre es. Herr Thies Rabe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Jens Kerstern. Ich schwöre es. Frau Dr. Melanie Leonhardt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Andi Grote. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Dr. Carsten Broster. Ich schwöre es. Herr Dr. Andreas Dressel. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Michael Westhagemann. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Dr. Herr Dr. Anjes Tjax. Ich schwöre es. Frau Anna Galina. Ich schwöre es. Sie haben damit den erforderlichen Eid vor der Bürgerschaft geleistet. Im Namen des ganzen Hauses wünsche ich auch Ihnen eine glückliche Hand bei der Amtsführung. Viel Erfolg im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Ich schwöre es. Ich schwöre es. Vielen Dank.